Hallo hier ist Gunnar Latscha Black Ops 1 Zombie Ich möchte euch die Karten zeigen Vielleicht gibt es Leute die sich interessieren Black Ops 1 Zombie zu schauen Mir Abonnentenvorschläge zu geben Für diese Maps hier Ich will euch zeigen Oder sagen Auf welcher Map ich gut bin Welcher Map ich nicht spiele Und welche ich nicht gut bin Damit ihr das wisst Also das war vor 2 Jahren Ok Kinder der Toten Klassiker Gut 5 gut Ascension gut Hier ein bisschen Probleme Ja Ein bisschen viel Probleme Shangri-La auch Moon spiele ich nicht Ich habe mit der Schwerlosigkeit Probleme Ich kann das nicht spielen Das ist unglaublich schwierig Das sind da die Alten Verrückt Das kann ich spielen Das geht einfach immer ringel ringel Reihe Wie 5 ist sehr ähnliches Spiel Also spieltaktisch meine ich Man kann hier nicht rapen Also hier rapet man Hier rapet man Hier habe ich auch einen Platz Aber ich bin nicht gut Hier weiss ich keine Ahnung wo Habe ich nie rausgefunden Richtig Dass ich weit komme Also weit komme ich meine Gerade über 20 ist schon für mich weit Bei diesen zwei Da Keine Ahnung Das habe ich sehr selten gespielt Übertrieben schwierig Verrückt Habe ich gleich draussen gehabt Ähm Das geht einfach ziemlich lange Wenn man Achso oder ziemlich kurz Wenn man das Timing hat Da geht es ziemlich lange Da komme ich ziemlich gut auf 30 Also ob es jetzt noch so ist Keine Ahnung Dann Shinonuma Da habe ich auch Probleme Äh Orientierung Da muss man auch suchen Wo die Perks sind Das ist so mühsam Und die Hunden machen mir zu schaffen Äh Der Riese Äh Das ist so ein Gemisch Äh Wie soll ich sagen Richtig ein Gemisch In dem Sinn hier bin ich auch nicht gut Man könnte dort sehr gut rapen Aber die Hunde kommen noch Und dies und jenes Aber ich habe auch noch Schwierigkeiten Auf dieser Map Also meine Top 3 sind natürlich die 1, 2, 3 Das ist wirklich super Also von mir aus gesehen Da läuft es bei mir Also Vergangenheitsform Lief es Da Schwierig Das nicht Das übertrieben schwer Das geht für mich Das auch sehr schwer Schwieriger als die 2 finde ich Und das ist auch Vielleicht etwas schwieriger Als diese Map Und Vielleicht etwas leichter Als diese Map für mich So jetzt wisst ihr es Also Ja Es gibt hier Ich habe noch 2 Zombie Äh Black Ops 2 Zombie Vorschläge zum Aufladen 6 habe ich noch Es geht jetzt drauf an Ob ihr jetzt Black Ops 1 Zombie sehen wollt Also das was ich Also Behalten will Oder noch Was machen will Das ist ähm Black Ops 2 Origins Diese Map Die will ich noch erspielen So richtig Ähm Da müssen auch keine Vorschläge kommen Ähm Wie ihr wollt Ähm Es ist mir dann so Für mich Ich will dort auch mal Die 40 hitten Aber das braucht unglaublich Zeit Weil ich Origin So selten gespielt habe Im Vergleich von anderen Maps Daher Was ich einfach nicht äh Spielen kann Nicht mehr Leider Das sind Die Bewegungen sind extrem anders Hier Ähm Extrem anders Was wollte ich sagen Ja Spielen und Sprechen ist schwierig Ich weiss Ähm Wie bei mir Bei Ghost Extinction Gefällt mir überhaupt nicht Ähm Ich habe auch sehr selten gespielt Vielleicht kommt das noch Also ich denke nicht Ich bin eher der Zombiespieler Ähm Mir gefällt Zombie viel besser Ich weiss auch nicht warum Ich bin enttäuscht von Extinction Ich habe mehr erwartet Aber eben Man kann nicht immer alles gut sein oder gut finden Aber es ist einfach so Oh fertig Also es ist einfach so Oh fertig Äh Ich bekomme ja nichts mehr Ich bin auch mit dem Multiplayer viel zu schlecht, da mache ich mehr die PC-Updates, auch jetzt bei Ghosts. Also bei mir fährt es nicht so ein Multiplayer. Es ist für mich noch ähnlich wie Modern Warfare 3, Black Ops 2, War... Ja, wie soll ich sagen? Ich muss langsam rauf, ich muss gehen, hoi. Sonst riskiere ich noch einen Tod. Ich wollte noch etwas wegen einer Kampagne sagen, stimmt. Oh, da ist irgendwo hier noch einer. Ja... Ähm... Warte, was wollte ich noch sagen? Wo ist er? So... Ähm... Ähm... Jetzt bin ich gleich rausgegeben... Ich weiss nicht mehr was ich sagen wollte! Ähm... 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 Ja, wo sind die? Ja, wo sind die? Ist wegen... Youtube... Die sind so fit... Die sind so fit... Und... Ähm... Und sperren einfach meine... Meine Gameplays... Und es machen auch viel zu viele Leute... Es machen einfach viel zu viele... Ups... Viel zu viele Leute machen die Kampagnen... Ähm... Ich habe gesehen eben seit längerem und schon erwähnt... Ähm... Mein Kanal lebt von Zombie... Ähm... Ich weiss jetzt auch nicht was ihr sehen wollt... Multiplayer kann ich nicht bringen... Ähm... Auch bei Black Ops 2 war ich zu schlecht... Ähm... Jetzt bei Ghosts will ich gar nicht anfangen... Da stimmt bei mir einfach... Die... Die... Die Verbindung nicht... Juhu... 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 Also die Verbindung... Das ist wie in Modern Warfare 3... Es stimmt einfach die Verbindungen nicht... Juhu... Wenn man sehr gute Internetverbindungen hat... Dann... Dann läuft das einfach nicht... Juhu... 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 Ja... Nur was Säuse... Juhu... Ist einfach so... So... Ich will Jugger haben... Juhu... J guerre... J guerre... J girlfriendsell... Jurf... Sonst gehts. Ja, mein Ding ist natürlich schon Zombie. Wenn es euer Ding ist, dann bin ich der Richtige. Wenn es nicht euer Ding ist, dann hättet ihr mich ja nicht abonniert. Mal schauen. Alles mal aufmachen da. So. Hätten wir es mehr oder weniger? Ich weiss nicht, was klingt hier. Was ist das echt? Ein bisschen viel riskiert. Warte. Was haben wir hier? Oh, nice. Viele Löcher. Viele Löcher. Ich mache hier noch nicht auf. Ich bleibe noch etwas. Warte, ich habe eine gute Idee. Warte, warte, warte noch nicht. Oh, nice. Schnellfeuer muss hier sein. Sonst geht überhaupt nichts. Echt jetzt? Wie, hast du was? Ah, er muss aufmachen. Oh, oh. Jetzt bin ich etwas zu früh. Mit aufmachen. Du Heiligsverdienst. So. Oh, hier hat es ja noch einen. Mann, wie es das nachlägt. Uh, das war ganz knapp, hey. Sonst geht's. Ja, was wollt ihr sehen? Ganz einfach. Was wollt ihr sehen? Oh nein, ich brauche die Punkte. Sonst kann ich nicht durch hier. Hier habe ich auch schon offen, stimmt. Oh, oh. Oh, oh. Einmal dies, ist auch noch cool. Oh, warte mal. Ja. Gehen, gehen! Was habe ich hier noch? Ja, mal eine andere. Nein. Hey Mann, kommt ihr oder wollt ihr ihr... ...einen Fischenschmaus machen? Oh, Bombe, du! Oh, Bombe, du! Da, ihr kennt mich ja! Gut, hier kann ich dann mit der Zeit nicht mehr solche Ware holen. Große Knall. Große Knall. Große Knall. Große Knall. Große Knall. Große Knall. Ich gehe immer wieder hier rauf. Dass die mich etwas länger kennen, wissen warum. Wegen dem Anfang ist hier am besten. Ja, ich habe ausgeführt. Kampagne nicht, weil... Vor allem YouTube mir die Suppe versalzt. Mit Clips sperren, dass ihr das nicht sehen könnt. Es hat immer mehr gegeben beim Modo Morpher 3. Darum... ...habe ich bei Black Ups 2 gar nicht gemacht. Ohlala! Einfach ein bisschen Spass haben hier noch. Uh! Geht mal weg da! Was ihr auch immer sehen wollt! Ohlala! Sagt, schreibt! Ähm... Jetzt muss ich mal was kaufen gehen hier. Ähm... Schreibt! Ungeniert! Was ihr sehen wollt! Ja, das ist so ziemlich alles was ich sagen wollte. Ähm... Fragen stellen, nicht beantwortet sie in den Kommentaren. Ähm... Habe ich das gesagt? Ja, Multiplayer bin einfach zu schwach. Ich bin schlechter Spieler. Schlechter Spieler! Ähm... Gut, PC Updates habe ich gesagt. Gut, ich nehme natürlich auch Konsolen rein, wie ihr das gesehen habt. Also die gröberen Veränderungen... Die sind natürlich für alle gleich. Ähm... Spezifisch... Ähm... Die erwähne ich nicht. Die gehe ich... Natürlich viel mehr... Ich gehe lieber hier runter... Gehe ich natürlich viel eher auf... Ähm... PC auch drauf ein. Weil ich bin ein PC-Spieler. Kein Consolero. Also... Hier kann man nicht rapen. Da ist immer der Lauf. Gut, es gibt noch einiges... Oh! Es gibt noch einiges zu machen, mein Black Ops 2 Zombie. Das ist schon klar. Aber mal was anderes... Macht sicherlich Spass. Mann, hey! Stirb! Und? ass ich... Mach die Tatsache! Und? Ja! Ich habe den nachgeladen, ja. Uuuuuh! Machen wir ein bisschen Guguseli hier. Würde ich nicht machen, aber... Ah! Ich getroffen! Ahm! Tuck! Kopfschuss! For the win! Oh nein! Jetzt bin ich am Arsch! Ich seh gar nichts mehr! Uuuuh! Das ist immer ein heisser! Ich mach hier mal einen Krawler! Oder auch nicht! Uuuuh! Was ist denn hier gekommen? Ah! Sodeli! Ein bisschen Spass haben! Uuuuh! Hier muss ich rauf! Kommt hier niemand? Echt! Echt? Echt? Uuuuh! Die haben ein bisschen Spass! Hier ein bisschen Spass! Nochmals ein bisschen Spass! Uuuuh! Lala! So, wieviel kommen hier noch? So, wieviel kommen hier noch? Aaaah! Die ist gut am Anfang! So gefällt's mir noch! Wie geht's noch? Daaa! Hast du was? Uuuuh! Nice! Bolzi! Ein bisschen Bolzi! Bolzi! Uuuuh! Uuuuh! Gut, hier sollte man keine Krawler haben! Das ist ja log, oder? Sonst kommt man natürlich nicht durch! Wie bei Five! Er wisst ja das! Äh, Five! Ich meine jetzt Black Ops 1! Und hier stinkt sie! Ah! Darum stinkt sie! Uuuuh! Ich höre den irgend! Warte, ich muss die Runde machen! Da hat's überall Krawler gegeben jetzt! Okay, mal abchecken! Hier sind wahrscheinlich die meisten! Nein! Bo! Bo! Hier! Aha! Oh! Eben, das ist brutal! Das habe ich auch noch nicht geändert! Auf 6 habe ich das Zeug! Uuuuh! Treffe ich überhaupt? So, jetzt habe ich ihn! Ha! Noch eine Bolze! Was soll das? Wo kommt ihr? Hier! Getroffen! Hier ist gefährlich! Oh, das nützt auch nichts mehr! So! Ah, ich bin gespannt! Ob das, was ihr sehen wollt! Ja, jetzt nützt nicht mehr viel! Uuuuh! Very nice! Gut! Hier ist auch nicht so gut! Gut! So, Bombe! Kann man keine Mausweichen! Ja, ich auch! Kaputt! Noch mehr hier! Ja! Äh! Jumpshot! Gebutt! Äh! Fange ich halt hier unten mal an! Aber es ist eine schlechte Idee! Immer... Küche! Vor allem die höheren Runden Küche! Für dieses! Äh! Ich habe auch eine Idee! Dackete! 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 Nein! Die ist nichts mehr wert! Ein bisschen schade! Äh! Es ist schon vorbei! Bis auf 12! Dann ist es vorbei! Nein! Ausvertrauen! Ja! Niemand! Kommt da niemand! Äh! Muss ich aufpassen! Ja! Ist gut! Aber ich muss langsam wieder gehen! Oh! Oh! Bombe! Oh! Nice! Ah! Kommt nicht mehr so viel! Oh! Nice! Kommt ja da auch ziemlich... Wo ist der? Kommt ja! Mal schauen, was ich hier bekomme! Thompson... Die Wechsel... Schon wieder! Sonst geht's! Da kommt auch immer die gleiche Scheisse! Hehehehe! Das hat sich überhaupt nichts geändert! Ja, die... Die merken nichts mehr! Oh oh! Oh! Aber jetzt merken sie was! Was ist denn dort hinten? Aha! Oh oh! Oh! Ja, jetzt hätte sie mich fast gehabt! Oh! Das wäre was, he! Aber ich kann nicht rantern! Sonst stimmt! Der Takt nicht mehr hier! Oh ja, genau wegen dem! Oh ja, genau wegen dem! Ich muss hier wieder ein bisschen üben, hei! Ja, Black Ops! Zombie! Zombie! Hat bei mir hier angefangen! Es hat ja noch, ähm... Ähm... World at War, oder wie das Zeug heisst da! Das habe ich nie gespielt! Also doch, Kampagne gespielt so für mich! Aber das war... Ja, das ist ja... Von Ewigkeit her! Da... Zombie habe ich das erste Mal bei Black Ops gespielt! Was habe ich hier? Ah, Thompson! Aha! Oh! Oh, oh! Oh, keine! Oh! Schüttenbäse! Da habe ich fast vergessen! Man muss ziemlich vorangehen! Also, angefangen hat es bei mir hier! Also, hier... Ich meine... Ah, Scheisse! Jetzt habe ich was vergessen! Ah! Ah, warte mal! Wo ist die? Hier ist sie! Ah! Woaah! 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 Das ist so komisch. Ich mache hier weiter, egal. Ja, ja. Ich bin gespannt, was ihr sehen wollt. Vielleicht auch ein bisschen Pause, was ihr auch immer wollt. Und wieder Black Ops 2. Also, Zombie bin ich immer. Da bin ich immer der Richtige. Da spiele ich sehr gerne. Ah, ja stimmt ja. Ah, hier unten ist ja die Wanne, wollte ich sagen. Ja, es gibt jetzt viele... Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Oder eben auch nicht. Ja, Extinction ist eben nicht das wahre... Für mich. Leider. Gefällt mir nicht. Vielleicht kommt da was. Ich weiss nicht, ich kann mich einfach wiederholen. Vielleicht kommt da mal was. Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Also so alleine, so für Vorschläge. Das eher nicht, weil... Mich interessiert das Extinction überhaupt nicht. Äh, die Pfanne ist ja hier unten, oder? Genau. Und die sind auch viel anders hier. Ich meine jetzt... Wie sie sich verhalten. Wie sie sich verhalten, wie sie laufen, wie weit herum sie gehen. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, jetzt sieht gut. Oh, bin ich froh, ey. Aaaaah! Ouh. Aaaaaah. Uuuuuh! Aaaaah! Ich wollte den nehmen, aber es geht nicht. Geh weg! Ah, es sind die letzten. Oh, nichts mehr. Ah, hier noch. Ogi dogi. Ja, bei Black Ops 2 hat es effektiv mehr... Mehr Maps, wo ich etwas machen kann. Scheint mir. Hier hat es nur drei. Ein bisschen wenig. Drei, vier... Aber es sind... Ouuuh! Es sind lange nicht solche, wie die man gehabt hat. Habe ich ja schon richtig, oder? Aaaaah! So etwas von Schwache. Die Waffe meine ich. Stürb! Oh, es gibt ja noch die, die es kürzer haben wollen, oder? Also ideal ist es schon hier nicht. Uuuuh! Nice! Kaputte! Wir sind die letzten, oder was? Äh... Sind die letzten! Bis 20 sollte ich schon kommen, oder? Warte mal. Das Ding mache ich hier wieder. Muss immer hier aufpassen. Ja, die merken nichts mehr. Äh... Ja, das glaube ich auch. Irgendwas treffen wir immer. Auch wenn es nur Köpfe sind. Ah, ich gehe lieber. Komm mal mit! Next Level! Mann, ich stirb! Scheiss, Typ! Ich muss hier. So. Da hat es auch noch eine, aber die ist ziemlich schlecht. Also eine Elektrofalle meine ich. Ziemlich schlecht. Wow! Hier kann ich eben auch nicht jeder Runde eine neue Waffe machen. Zum Beispiel könnte ich auch nicht hier. Weil hier muss ich aufpassen, dass ich im Rhythmus bleibe. Und kann auch nicht so lange warten. Aber immer wieder eine andere Wandwaffe kann man kaufen. Ja, ist schon so. Ist hier effektiv fertig? Aaaaaaah! Oh, schon weg. Gut, wieder mal die Kiste. Was ist das für eine? Bar! Mal die Bar! Ja, ja! Oh! Oh! Ist die Scheisse! Die habe ich noch nie, doch ganz, ganz, ganz am Anfang genommen. Was habe ich hier noch? Mann, ist die Scheisse! Das Gesicht vor der Fresse und er macht nichts, oder? Ja, die ist recht schlecht. Weg! Der ist weg! Der ist weg! So, mal schauen! Der ist weg! Ich muss wieder mal neue Waren herkaufen, oder? Der ist weg! 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 Ich habe bisher wenig Team-Mates! Also, äh... Ich wäre froh, wenn sich jemand melden würde! Oder auch ein Extinction! Also ich bin nicht abgeneigt, ich habe einfach gesehen, ich verstehe das Zeug nicht so. Ich bin schon mehr Zombie-Player, aber ich meine, Modomorpher, uh, Modomorpher. Modomorpher, ja kann ich es jetzt rösten? Ah, jetzt habe ich das falsche gekauft. Äh, nein, das ist schon weg von hier. Wo ist es jetzt überhaupt? Also eben, beim Modomorpher 3 habe ich ja auch ziemlich, uh, ziemlich was gemacht. Äh, 6, aber nicht im Vorschlag habe ich dort gemacht. Puff, Puff, oh, ich treffe ja nicht mal. Endlich. Uh, ähm, ja, Modomorpher, gut, ich war ja auch nicht so Fan von, wo ist jetzt das Scheissding? Ja, beim Strom wahrscheinlich. Ähm, ähm, war ich ja auch nicht allzu fleissig. Ah, nein, hier. Acht hier! Mann, was ist denn los? Jetzt habe ich eine ganze Runde gemacht, ohne dass ich sie finde. Ah, jetzt weiss ich, wo es noch ein Plätzchen gibt. Genau. Ganz vergessen, dieses Plätzchen. Was ist das? Ah. Hm. Ähm, eben bei Modomorpher 3, da, da, Überlebenszeug. War ja auch nicht gerade mein Ding. Ähm. Aber doch besser als Extinction, finde ich. Die Viecher, äh, bewegen sich so komisch. Was ich absolut gerne gemacht habe, ist diese Backups. Die Aufzeit. Das habe ich sehr gerne gemacht. Also mal abgesehen von Zombies. Aber dort kamen ja, dort kannte ich ja noch nichts von Zombies. Da habe ich, äh, Mann, gar kommen viele. Jetzt muss man langsam schauen, dass man die runterbringt da. Wegbringen! So. Oh, Moment, Moment, Moment. Wo kann ich drücken? Ja, die sind ganz stark, die Dinger. Ja, die Spec-Ups auf Zeit. Und ich noch nicht Zombie, also bei Modern Warfare 2, habe ich ja Zombie noch nicht gekannt. Weil ich World of War, oder wie das Zeug heisst, gar nicht gespielt habe. Dort hatten sie ja Zombie. Und diese Maps haben sie bei Black Ops 2 wiedergebracht. Darum ist für mich das schon neu. Gewissen vor 2 Jahren etwa. Und darum wollte ich natürlich auch die alten Maps hier kaufen. Ja, ich bin hier oben. Cool, oder? Lady Gaga. Jetzt fange ich nicht dort oben an. Jetzt bin ich am Arsch. Ich gehe wieder runter. Ich gehe runter. Ich gehe runter. Besser. Besser. Oh oh. Wow! Jetzt muss ich mich langsam konzentrieren. Langsam ist gut. Ich muss mich konzentrieren. Oh! Oh! Ja ich denke ich muss mal durch den... Oh! Jetzt habe ich mich fast umgebracht. geht weg muss langsam aufpassen solange es geht, geht's es geht weg wow jetzt hatte ich Schwein hier ist auch das Problem vom Bombe und Instant Kill ist hier nicht so gut da kann man ziemlich schnell auf die Schnauze fallen hey man es gibt ja noch mehr so jetzt seid ihr kaputt ja gut ist mir auch klar als ein guter Zombie kann man ziemlich gut schauen wenn man im Zug ist und wartet bis man bis man endlich von endlich nach Hause kommt ja ich habe keine Munde mehr hey oh oh die Sau-Buchse wow da habe ich noch ein bisschen hier oh 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 man kommt fast nicht vorwärts mit dem Ding Sieg ist mein und nicht dein Autsch äh er muss gehen was habe ich hier noch Thompson und schon kommen sie da wieder verrückte Zombies gib ihm gib ihm oh oh ja es geht relativ gut hätte ich nicht gedacht oh kaum sorge ich bin ich tot oder ich habe nichts mehr keine Blues mehr ja ich bin auch gespannt wie lange es geht bis auch IW Spiele für mich laufen oh oh jetzt bin ich auch ein bisschen zu lange hier so geblieben wo 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 gibt es wo ist ah ja beim Jogger genau uh was eine Reihe hier gehts noch ha hab ich hier nie gesehen hab ich hier nie gesehen ja warum nicht oder wow ja jetzt darf ich mir genug Licht haben hohohoho nein nein wechsle tot oh Max Amo was für ein Blödsinn hey so gut dass es mir hier gehabt hat ja warte mal ich muss noch einiges wieder kaufen oh oh die kommen schon von hier oben wie gehts noch auch ok mal schauen was ich da machen kann ja ich hasse diese Reihe he he ah ja ich muss was kaufen he wuuu Tempo Speedigola da ha ha ja das geht natürlich nicht mehr ha 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 uuuuuh das geht natürlich nicht mehr oder uuuuuh 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 so viel mal drücken für nichts oder uuuuuh das ist sehr komisch ich habe nie gesnipen Blackops 1 doch habe ich mann keine Toten nur Scharfschützungsgewehr stimmt ja wie kann ich das vergessen aber ich konnte die waren schon im Bansch nicht so wie hier da kann man nichts machen uuuuuh uuuuuh ich treffe ihn nicht oder treffe ich ich weiss nicht mal ja ich müsste schon Kopf Kopf hat Schutt ja ich treffe schon nur das Problem ist nur das Problem ist mit dem Ding da sterben sie nicht oh ich muss hier noch was nehmen Mann dass sie mich dort gehabt hat unglaublich laienhaft he für mich vor mich aber eben schnippt uuuuh oh da steigt einer raus da steigt einer raus ja wenn alle so blöd herum lärmen und kommen auf einen zu da würde ich auch besser aussen Ah, ich drücke... Jetzt kommen die bald... Ah, warte mal... So... Ich weiss gar nicht wie lange das gameplay jetzt schon läuft... Mann, jetzt ist es gleich... Ruhe, ey... Ah, fertig... Ja, ich bin gespannt, was da kommen wird bei Ghost... Also... Ein Teammate... Der hat gesagt... Bei ihm läuft sehr gut... Die IW Games... Also bei mir überhaupt nicht... Modo Warfare 3 kann ich nicht sagen... Äh, Modo Warfare 2 kann ich nicht sagen... Weil ich dort... Ich habe erst... Oh, Shit! Ah, da ist man am Arsch hier... Einmal nicht aufpassen, man ist am Arsch... Nö... Äh, jetzt bin ich zur Sau... Äh, ich bin zur Sau... Shit, der Besse... Ja, aber trotzdem 25 nicht schlecht für das erste Mal nach zwei Jahren fast... Also schreibt mir... Äh... Wie auch immer... Kommentare... Was wollt ihr sehen? Also ich spiele... NUR... Call of Duty... Und... Äh... Ja... Battlefield 4... Vielleicht... Es sieht nicht so aus... Also bis jetzt nicht... Ja, finito... Bis jetzt nicht... Ähm... Gefällt mir nicht... Ich wusste schon... Aber äh... Was noch kommen kann... Könnte kommen... Wer weiss... Ähm... Was ich hoffe, ist einfach, dass Ghost... Die Server besser spielen... Also das hoffe ich schon sehr... Dass das Ganze... äh... Also das Ganze besser wird... Äh, nein... Ich hab den Mehrspieler nicht drauf... Also eben... Ihr könnt ihr noch mal schauen, was ich für Maps habe... Äh... Zurück... Battlefield 4... Ist äh... Einfach zu gross... Alles... Und sie haben auch... Extrem viele Probleme... Also ich... Ich schätze mal... Ich warte mal zwei Monate... Und dann schaue ich wieder mal rein... Bei Battlefield 4... Äh... Bei Ghosts... Ist nicht so schlimm... Aber immer noch... So... Modem Warfare 3... Wie gesagt... Ein... Kollege von mir... Also Team... Mate... Leider auch nicht regelmässig... Bei ihm... Läuft einfach... Die... IW Games... Viel besser als... Äh... Black Ups... Also... Triarch Games... Bei mir ist gleich... Das Gegenteil... Obwohl... Black Ups 2... Hatte ich auch Probleme... Aber nicht dermassen... Mit Modem Warfare 3... Das war... Katastrophal... Und... Äh... Ich will das Theater nicht mehr machen... Also mit... Äh... Speed Limiter... Net Limiter... Net Balancer... Wie auch immer... Die Internet... Limiter... Heissen... Ich mach das nicht mehr... Ich hab's für... Modem Warfare 3... Eine Zeit lang gemacht... Da müssen sie nur... Irgendetwas wieder... Einstellen... Und dann ist wieder... Etwas anderes... Und man kann eben... Die ganze... Internet Linie... Nicht so... Runterschrauben... Und ich will's auch nicht... Bei Black Ups... 2... Da musste ich das auch... Einsetzen... Am Anfang... Etwa 3 Monate... Ich hab das schon mal... Durchgekaut... Und... Kaue es immer noch durch... Aber jetzt dafür... Black Ups 2... Läuft bei mir... Also gut... Ich hab's nur einmal... Gespielt... Dann nach Ghost... Hab ich ja angetönt... Aber ich... Es ist schon klar... Nicht... In jedem Part... Die drin geht's... Und was ich auch... Äh... Bei einem anderen... Teammate... Wenn er alleine... Ghost spielt... Dann läuft's... Wenn er zu zweit... Einfach in Party... Ghost spielt... Dann läuft's nicht mehr... Und... Äh... Das weiss ich nicht genau... Weil ich... Äh... Multiplayer... Sehr selten alleine... Spiele... Da hab ich... Wirklich... Besseres vor... Wie Zombiespielen... Oder... Also... Wie gesagt... Ich wiederhole mich... Tausendmal... Schreibt runter... Was ihr sehen wollt... Ähm... Ich bin... Richtig... Heiss... Auf April... Auf Titanfall... Also... Auf Ghost... War ich nicht heiss... Zum Spielen... Ich wusste... Dass irgendetwas... Kommen wird... Was... Äh... Nicht so läuft... Von vornherein... Und hatte nicht so hohe Erwartungen... Wie... Von Modern Warfare 3... Auf Black Ups 2... Weil ich dachte... Als ich Black Ups 1 hatte... Ich dachte... Black Ups 2... Wird sehr... Sehr ähnlich... Mit der Verbindung... Also... Das war überhaupt nicht so... Das war... Modern Warfare 3... Like für mich... Also... Nicht so übertrieben... Aber trotzdem... Eben... Schreibt mir... Was ihr sehen wollt... Ähm... Und... Unterhaltet... Ansonsten... Muss ich ja nichts raufladen... Oder... Was soll ich raufladen... Wenn ihr nichts sehen wollt... Oder... Darum... Okay... Ich wünsche euch... Einen schönen... Und Tschüss...